Untertitelung des ZDF für funk, 2017 der Bölkestraße. Daraufhin wurden nach der Alarmausrückeordnung die Einheiten der Berufsfeuerwehr sowie die örtliche Freiwillige Feuerwehr Kastell und Kostheim alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss. Kurz darauf schlugen auch Flammen aus dem Dachgeschoss aus den Fenstern des Dachgeschosses raus. Der Einsatzleiter, der zuerst hier vor Ort war, ordnete sofort an, einen Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr im Innenangriff, um zu kontrollieren, ob noch Personen im Gebäude sind. Dies hat sich nicht bewahrheitet. Glücklicherweise waren die Bewohner beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr bereits schon aus dem Gebäude draußen. Sukzessive wurden die Maßnahmen erhöht. Wir hatten nachher insgesamt fünf C-Rohre im Einsatz, drei im Außenangriff und zwei im Innenangriff, um den ausgedehnten Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss befindet sich jeweils eine Wohnung. Das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss ist komplett ausgebrannt. Das Erdgeschoss war kein Feuer feststellbar, aber durch den großen Einsatz des Wassers ist auch diese Wohnung nicht mehr bewohnbar. In dem Gebäude sind insgesamt 18 Personen gemeldet. Diese Personen werden zurzeit in unserem Betreuungsbus betreut durch Bedienstete des Rettungsdienstes sowie auch Personal der SIN, die sich jetzt auch darum kümmern, dass diese Personen eine andere Bleibe für diese Nacht bekommen, weil das Gebäude ist komplett unbewohnbar. Man geht immer davon aus, dass sich eventuell noch Personen im Gebäude befinden und bei solch einem ausgedehnten Wohnungsbrand in mehreren Räumen, Vollbrand, hat man eine unheimliche hohe Temperatur und das setzt den Einsatzkräften mächtig zu. Das heißt, man braucht relativ lange, bis man in die einzelnen Räume reinkommt. Man muss erst eine Brandbekämpfung vornehmen, um dann sicher zu sein, dass sich keine Personen mehr in den einzelnen Räumen befinden. Also jetzt, wir suchen das Gebäude dauerhaft ab, auf irgendwelche eventuellen Blutnester noch und das wird uns noch die nächsten zwei bis drei Stunden beschäftigen. Also die Polizei hat diesen Einsatzbereich Bölbestraße, Kreuzungsbereich Odo-Suring komplett abgesperrt, sodass wir ungehindert die Einsatzmaßnahmen treffen konnten. Wir werden jetzt sukzessive die einzelnen Spuren wieder freimachen mit unseren Einsatzfahrzeugen, sodass der Verkehr in Kürze bedingt wieder hier laufen kann. Wir hatten jetzt ungefähr 50 Einsatzkräfte vor Ort und hatten die einzelnen Feuerwaren, Feuerwache 1 und 3, mit zusätzlichen freiwilligen Feuerwehren in einer Wachbesetzung besetzt. responders sehr rafp sen Untertitelung des ZDF, 2020